Wir sind eine Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in der Trägerschaft des Caritas-Verbandes Paderborn. Wir haben folgende Standorte, Paderborn, Schloss Neuhaus und Bühn. Wir sind ein multiprofessionelles Team und arbeiten zusammen mit Sozialarbeitern, Sozialpädagogen und Psychologinnen und Psychologen. Uns gibt es seit 60 Jahren und jedes Jahr suchen etwa 1200 Familien die Beratung bei uns auf. Zu uns können Eltern, Kinder und Jugendliche aus dem Stadt- und Kreisgebiet Paderborn kommen. Da Kinder und Jugendliche ein Recht auf Beratung haben, können sie sich auch ohne Wissen der Eltern bei uns beraten lassen. Ratsuchende Familien können sich an uns wenden bei allen Fragen in der Entwicklung und Erziehung der Kinder. Das können zum Beispiel sein familiäre Krisen oder wenn Eltern sich getrennt haben oder bei Verhaltensauffälligkeiten wie aggressiven oder unruhigem Verhalten, bei Schwierigkeiten in sozialen Beziehungen, psychosomatischen Auffälligkeiten oder bei Fragen zum Umgang mit psychischen Erkrankungen oder anderen Belastungen der Eltern. Eltern können sich auch an uns wenden, wenn im Familienalltag Fragen und Unsicherheiten zu der Erziehung der Kinder entstehen. Am Anfang einer Beratung geht es in einem ersten Gespräch meistens erstmal darum zu klären, mit welchen Fragen, Anliegen und Problemen die Ratsuchenden zu uns kommen. Wir lernen die individuelle Situation kennen, entwickeln gemeinsam Ziele, die erreicht werden sollen und entwickeln dann erste Ideen und Schritte für Lösungsmöglichkeiten. Es kann Termine gemeinsam mit den Eltern geben, aber auch Einzeltermine mit den Eltern, sodass wir Gespräche erst mit der Mutter, dann mit dem Vater führen. Es kann aber auch Gespräche geben einzeln mit dem Kind oder dem Jugendlichen. Genauso gut kann es aber auch Gespräche geben mit der gesamten Familie. Wenn es im Beratungsprozess hilfreich erscheint, bieten wir auch psychologische und sozialpädagogische Diagnostik an, um bestimmte Problemstellungen auch diagnostisch abzuklären. Bei Bedarf arbeiten wir mit den verschiedensten Kooperationspartnern zusammen, wie zum Beispiel Schulen, Kindertageseinrichtungen, den Jugendämtern oder anderen sozialen Diensten. In unserer Beratungsstelle gibt es zahlreiche Gruppenangebote für Kinder, wie zum Beispiel die Flatterwei-Gruppe, die Gruppe Kinder psychisch erkrankter Eltern und auch die Neues-in-Sicht-Gruppe, das ist für Kinder, deren Eltern getrennt liegen. Die Gruppe KISU-Fahr für Kinder, deren Eltern suchterkrankt sind oder die Ich-Bin-Ich-Gruppe, eine Gruppe zur Stärkung der Selbstwertkompetenz. Wir nutzen zahlreiche fachlich fundierte Materialien und Methoden aus der systemischen Familienberatung und Therapie, wie das Familienbrett, die Lebensflussarbeit, die Arbeit mit dem Genogramm und Skalen und Ähnlichem. Die Klienten können natürlich sich bei uns telefonisch anmelden oder auch persönlich vorbeikommen. Weiterhin bieten wir auch zahlreiche offene Sprechstunden bei uns in den Standorten oder auch in Familienzentren an. Ein weiterer Bereich zur Kontaktaufnahme ist die Online-Beratung. Und wir wollen gerne, dass in den ersten vier Wochen nach der Anmeldung auch schon ein Erstgespräch erfolgt. bis zum nächsten Mal. gl abпервыхsende Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ashtet bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ń